Hallo und willkommen zu einem neuen Video von NewVR Tech. Mein Name ist Marco und heute schauen wir uns den Latenzunterschied zwischen Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6 an, wenn man via Virtual Desktop über seine Oculus Quest 2 PC VR-Spiele drahtlos streamt. Als Wi-Fi 5 Router tritt die AVM Fritzbox 7590 an. Diese ist in vielen Haushalten vertreten und stellt daher in Deutschland ein vielgenutztes Modell dar. Auf der Wi-Fi 6 Seite tritt das Flaggschiff von Asus an, der GT-AX 11000. Zur Zeit gibt es für Endkonsumenten kaum ein besseres Wi-Fi 6 Gerät auf dem Markt. Gestreamt werden die PC VR-Spiele über einen PC mit einem Intel Core i9-9900KS und einer NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. In Virtual Desktop sind alle Streaming- und Grafikeinstellungen auf der höchsten Stufe eingestellt. Dadurch soll ein möglichst nahes PC VR-Aussehen der Spiele in der Oculus Quest 2 erreicht werden. Latenzfreundlich ist die hohe Bitrateinstellung jedoch nicht. Falls es bei euch demnach Probleme mit Latenzen gibt, senkt die hier zu sehenden Einstellungen beginnend mit der Bitrate. Die resultierende Auflösung, die gestreamt wird, beträgt 2496 x 2592 Pixeln pro Auge. Zwischen dem Wi-Fi 5 und 6 Resultat kann es selbstverständlich nur Unterschiede im Bereich der Gesamtlatenz und des Networkings geben. Nach mehreren Testversuchen kam der hier zu sehende durchschnittliche Latenzzeit in Millisekunden im Spiel Half-Life Alyx heraus. Wi-Fi 6 ist hier demnach 3 Millisekunden schneller als Wi-Fi 5. In Beat Saver ist der Unterschied weniger deutlich, da das Spiel generell grafisch nicht sehr anspruchsvoll ist. Dennoch ist Wi-Fi 6 um 2 Millisekunden schneller, jedoch ist die Gesamtlatenz diesmal um ganze 5 Millisekunden geringer. Welche Aussagekraft die Gesamtlatenz jedoch hat, ist zur Zeit unbekannt. Sie stellt nicht die Summe aus den 4 Einzellatenzen dar. Die neue Gesamtlatenz ist leider noch nicht vom Entwickler von Virtual Desktop erläutert worden. Als Fazit lässt sich demnach sagen, dass Wi-Fi 6 das Wireless-PC VR-Streaming über die Oculus Quest 2 via Virtual Desktop noch einen Schritt besser macht. Wenn man jedoch die gleichen Wi-Fi 5-Werte wie ich hier erreicht, lohnt sich der Umstieg nicht. Wer jedoch sowieso umsteigen bzw. auffristen will, der sollte sich nach einem Wi-Fi 6-Router umsehen, damit man etwas Zukunftssicheres hat. Mitte bis Ende 2021 soll der Wi-Fi 6-Nachfolger Wi-Fi 6e auf den Markt kommen. Sobald eine Oculus Quest 3 diesen unterstützt, sind wir gespannt, welche Latenzen wir dann erreichen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst uns bitte wissen, welche Latenzen ihr mit der aktuellsten Virtual Desktop Version 1.18.2 erreicht und welchen Router ihr einsetzt. Wenn ihr keine neuen Videos von uns verpassen wollt, abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Video.